Hi YouTube, wir schauen jetzt, brauchen wir den Pride Month eigentlich noch? Und Carina, ich bin sehr gespannt, das letzte Video war mega gut. Ich bin ja dafür, dass wir den einfach abschalten. Nein, bin ich nicht für. Ich bin sehr gespannt. Der Woke Kulturkampf, oh Gott. Da habe ich ein bisschen Angst. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Letzte Woche haben wir ja über die Ursprünge und einige Hintergründe der Pride Bewegung gesprochen. Falls ihr keine Ahnung habt, woher Pride überhaupt kommt, schaut euch das letzte Video auf. Das war auch ein sehr gutes Video, haben wir auch geguckt. Könnt ihr übrigens auch auf YouTube nachgucken. Ist so irgendwo auf meinem YouTube-Channel als Reaction. Aber guckt auch natürlich beim Original vorbei. Generell bei Carina. Ihr könnt da jetzt schon mal vorbeigucken und jetzt Likes da lassen und jetzt Abos da lassen, weil das wäre gut. Auf jeden Fall vor diesem hier an. Denn sich die Entstehungsgeschichte dieser Bewegung bewusst zu machen, ist essentiell wichtig, um vieles in diesem Video hier nachvollziehen zu können, ist unten auch nochmal in der Infobox. Verlinkt das letzte Video. Heute will ich mit euch nämlich der Frage auf den Grund gehen, ob wir den Pride Months oder die Christopher Street Days denn eigentlich noch brauchen, wenn doch schon so viel in Sachen Gleichberechtigung vor dem Gesetz erreicht wurde. Okay, meine Meinung jetzt mal vorab. In klein, in kurz. Ja, wir brauchen den Pride Month noch, weil es gibt immer noch keine Gleichberechtigung, auch per Gesetz nicht. Es gibt immer noch Diskriminierung, zum Beispiel im Grundgesetz, in § 3 Absatz 3, aber auch in der Adoption und in der Stiefkindadoption bei lesbischen Müttern und, und, und. Also es gibt immer noch Dinge, da ist keine Gleichberechtigung, Selbstbestimmungsgesetz ist auch immer noch kacke, und das heißt, es fehlen Dinge, so. Wir haben noch keine Gleichberechtigung. Gleichzeitig, selbst wenn wir die komplette Gleichberechtigung hätten, würden wir ihn immer noch brauchen, weil wir immer noch keine Gleichstellung und Gleichbehandlung in der Gesellschaft haben, so. Das heißt, nur weil etwas per Gesetz so ist und entschieden ist, heißt das nicht, dass es gesellschaftlich auch so getragen wird und gesellschaftlich anerkannt ist. Das heißt, wenn immer noch Diskriminierung innerhalb der Gesellschaft vorherrscht, brauchen wir den immer noch, um halt dafür zu protestieren, so, dass man uns gleich behandelt, so. Auch wenn es per Gesetz so sein könnte. Außerdem schauen wir uns etwas Kritik an, die der LGBTQ-Community im Zuge des Pride Months oder anderen Aktionen... Oh Gott, ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Da bin ich auch schon öfter drauf eingegangen, was da, was da jetzt an Kritikpunkten kommt. ... immer wieder entgegengeworfen wird. Schnallt euch also an... Ich bin sehr gespannt, was sie dazu sagt. Ah, ich bin mal gespannt. Heute wird's wild. Und apropos wild, wenn es bei euch auch mal wild hergehen sollte... Nee, Spaß, das ist kein Werbeblock hier. Oh Mann, aber ich wäre jetzt... Ich war ready für den Werbeblock. Ich glaube, der wäre sehr strong geworden. Das ist nur ein Katzenblock, was ist das hier? An dieser Stelle, wo bei vielen YouTubern eigentlich jetzt ein kleines Sponsorun drin ist, ist bei uns aktuell noch nichts. Wir haben natürlich Kooperationen, aber eher auf Instagram, halt auf diesem YouTube-Kanal. Noch nichts hier, das ist alles noch in Arbeit. Deswegen möchte ich mich aber einmal ganz deutlich bei allen regelmäßigen Zuschauern und Supportern bedanken, die seit Anfang des Jahres diesen Kanal hier so zahlreich unterstützen. Unsere Videos behandeln nämlich oft Themen, die YouTube eher so semi findet, was die Monetarisierung angeht. Das letzte Video ist auch wieder gelb. Naja. Ey, das passiert mir auch ständig. Also, YouTube wirft eh bei mir nicht viel ab. So, YouTube ist, also, keine Ahnung, nichts gegen Twitch oder so. Aber, ähm, trotzdem auch alles bei mir wird eingeschränkt. So, es ist so jegliche Themen. Wir sprechen halt oft über queere Themen. So ein queere Thema mag YouTube einfach nicht. Machst du nichts, aber wir werden diesen Aktivismus trotzdem weiterführen. Doch trotzdem schauen auch diese Videos jetzt schon regelmäßig an die 30.000 Zuschauer. Und das, obwohl der Kanal ja ziemlich neu ist und erst acht Videos drauf sind. Also, dafür einmal ein ganz dickes, dickes Dankeschön an euch. Macht unbedingt weiter so. Liked. Und das, was im Chat steht, da ist auch der Link. Da könnt ihr drauf klicken und einfach mal ein Abo dalassen. Kommentiert, teilt gerne, reactet drauf und beteiligt euch hier sehr gerne. So wie die letzten paar Monate. Das macht Tom und mich wirklich sehr glücklich und motiviert uns extrem. Ich liebe ja auch das Oberteil, das ist halt auch einfach sehr strong, oder? ...weiter zu machen. So, Abo weiter, jetzt weiter mit dem Video. Stellen wir uns also mal die Frage, ob wir den Pride Months oder den Christopher Street Day überhaupt noch brauchen. Ja, brauchen wir. Ja, perfekt. Gut, dann war es das auch mit dem Video. Also, es war schön. Danke für das Video, Carina. Wir haben sehr viel gelernt. Es war sehr, sehr gut. Und die Grundmessage war auch einfach sehr schön. Die kam sehr gut rüber. Und ich glaube, war auch jetzt alles gesagt. Ja, schönes Video, kurz und direkt. Genau, von der... Nee, komm, wir machen weiter. Das ist die kurze Antwort. Das ist gerne auch die lange Antwort. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Danke, verdammt. Ich habe den Joke aufgebracht. Ich kann doch jetzt nicht... Oh Mann, no. Jetzt fühlt es sich ranzig an, was ich gemacht habe. Okay, im Ernst. Also, letzte Woche haben wir uns ja schon einige Fortschritte angeschaut, die wir in Sachen Rechte für Queere, vor allem in Deutschland zum Beispiel, gemacht haben. Es gibt ein Antidiskriminierungsgesetz. Die Ehe für alle ist geöffnet. Das Blutspende-Thema ist nun auch endlich angegangen worden. Und, und, und. Also, alles top. Alles tippie-doppie. Ja, nur weil es nun mittlerweile Gesetze gibt, die die Rechte der LGBTQ-Bevölkerung stärken, sind ja nicht automatisch alle gesellschaftlichen Probleme gleich vorm Tisch. Ein wichtiger Bestandteil ist eben auch die gesellschaftliche Akzeptanz. Und hier aber auch gleich erstmal etwas Positives vorweg. Auch die Akzeptanz in der Bevölkerung hat sich stark gebessert. Ich denke, wir müssen das Thema auch einfach mal aus einer positiveren Sicht betrachten. Ja, das versuche ich auch immer. Ich versuche immer so beides abzubilden. Aber es ist einmal, also es gibt Zeiten, da ist es schwer. Sagen wir es einfach mal so. Ich versuche immer irgendwie auch was Positives mitzunehmen. Und auch immer irgendwas, wo man was machen kann. Und, also es bewegt sich natürlich was, ne. Es ist offensichtlich so. Und dass viele Menschen auch jetzt aufstehen und was dagegen machen. Aber mit der steigenden Gewalt und sowas, es ist halt trotzdem auch Dinge, die auch passieren, ne. Deswegen, die darf man ja nicht aus den Blicke, weiß ich nicht, fallen lassen. Aber dennoch ist es gut, da irgendwie positiv nochmal dran zu gehen und zu gucken. Ey, das haben wir schon geschafft. Das ist noch in Arbeit. Aber wir können das schaffen. Weil, wir können das wirklich alles schaffen. Ich finde, das zeigt so generell auch so die History, dass irgendwie vieles, wo Menschen dann für protestiert haben und wo wir angegangen haben, dass da wirklich Sachen auch bewegt wurden. Und ich glaube, wir können auch den Rest noch schaffen. Auch wenn das Ganze immer noch weiter verbessert werden kann. Denn zu oft lassen wir uns vielleicht von einzelnen Akteuren online ein Bild malen. Die Pride-Community würde nur noch von allen gehasst werden. Social Media ist hier wie so... Ich hasse die aber auch. Ich finde die ganz schlimm. Sie sind alle so bunt und divers und dann gehen die auf CSDs und haben da Spaß. Und das ist schon gefährlich auch. Meinungsverstärker gerade für Faschisten, die einem ihr Feindbild verkaufen wollen. Schauen wir uns aber mal die Fakten an, sprechen sich in repräsentativen Umfragen 73% der Deutschen klar für Antidiskriminierungsschutz von lesbischen, schwulen oder bisexuellen aus. Auch bei Transpersonen waren 70% dafür und 71% befürworteten das Heiraten von gleichgeschlechtlichen Paaren. Das sind... Das ist ein Anfang. Nicht alle Deutschen, nein, aber es ist eine klare Mehrheit. Und das sollte man nicht vergessen, auch wenn man sich in den Negativstrudel begibt, den wir uns jetzt anschauen. Leider gehört es aber auch zur... Und rein in den Negativstrudel, verdammt. Wahrheit, dass die Hasskriminalität gegen queere Menschen in Deutschland war. Gegen Schwulen- und Lesbenbewegungen gab es ja auch massiven Widerstand. Genau, richtig. Also das ist ja immer so, weil sonst... Also wenn es den Widerstand nicht gäbe, müssten wir auch nicht demonstrieren. Das ist ja auch immer noch das. Es gibt ja einen Grund, warum wir demonstrieren. Und das ist ja, weil Menschen diskriminierend sind. So, und natürlich wehren die sich dann eben. Und das wird aber irgendwann halt auch wieder besser, indem man das halt normalisiert in der Gesellschaft. Und das versuchen wir ja immer mehr. weiter zunimmt. Laut der Fallzahlen im Berichte des BKA aus 2023 ist im Bereich Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung ein Anstieg von fast 50% zu beobachten. Von 1005 Fällen in 2022 auf 1499 Fälle in 2023. Noch drastischer ist der Anstieg bei Hasskriminalität in Bezug auf die geschlechtsbezogene Diversität. Hierunter fallen zum Beispiel auch die Fälle zur transfeindlichen Gewalt. 2023 war es ein Anstieg von über 100% auf 854 Fälle. Das ist schon kreis. Aber Transmenschen sind auch gefährlich. Da muss man sich schon wehren. Ich meine, also ist schon gefährlich. Habt Angst vor mir. Und da verstehe ich, wenn Menschen sich bedroht fühlen auch. Guck mal, imagine ich würde jetzt einfach in den Sport gehen und Sport machen und dann alle bei Olympia besiegen. Ohne Training. Weil ich einfach so einen krassen Vorteil habe. Auch in Schach zum Beispiel. Und in Dart und so. Hat man ja gesehen. Ich und ich in Dart war schon. Also wir haben Bröki besiegt. Also gut, das war definitiv Mockis Schuld. Aber es ist trotzdem, hab ich, ich war auch dabei. Okay. Auf der Maschine. Das wird schon krass. Ja. Fälle. Ich zu betonen, nicht nur Gewalt gegen queere Menschen nimmt zu, sondern sämtliche Hassverbrechen, zum Beispiel auch Antisemitismus, Rassismus und Gewalt gegen behinderte Menschen. Das sind eben die Folgen eines Rechtsrück. Genau, richtig. Genau, so gegen Minderheiten speziell. Aber hier wird ja auch nochmal rauskristallisiert, dass auch bei queeren Menschen gibt es einen Gewaltanstieg, aber bei Transmenschen nochmal speziell einen Anstieg. Weil es halt auch eben gerade in Hasskampagnen sehr viel um Transmenschen und gegen Transmenschen geht. Das ist ja auch ein Ziel. Eins der großen Ziele von Rechtsextremen derzeit. Das ist krass. Und das, obwohl die Akzeptanz in der Bevölkerung... Das ist quer durch die Zielscheibe und mein Herz getroffen. Oh mein Gott. Ich habe schon etwas Angst vor, Nessie, die macht unsere Kinder schwul. Das sowieso. ... eigentlich eher wächst. Wie kann das sein? Ich glaube, zu 100% sicher lässt sich das mit oberflächlichen Beobachten nicht beantworten. Durch die steigende Akzeptanz in der Bevölkerung steigt eben auch die Sichtbarkeit. Und mehr Sichtbarkeit macht eben auch angreifbar. Und mehr Sichtbarkeit führt zu Hass und Hass führt zu unsäglichem Leid. Das haben wir schon bei Star Wars gelernt. Also natürlich, wenn mehr Sichtbarkeit, dann bekommen mehr Menschen, die eh schon... Wir leben in einer queerfeindlichen Gesellschaft. Das heißt, mehr Menschen, die eh queerfeindlich sind, kriegen mit. Oh, verdammt, das sind queere Menschen. Und die Menschen, die eh schon wirklich queere Menschen hassen, die werden dadurch lauter. Weil ich denke, Moment mal, warum werden jetzt queere Menschen hier dargestellt? Ich mag das aber nicht. Können die bitte weggehen? Und dann werden die halt lauter. Aber das heißt, ich finde immer so ein lauter werden von den Gegenstimmen zeigt, dass wir aber auch Schritte gehen und weiter gehen. Weil sonst müssten die sich gar nicht so mit Händen und Füßen wehren. Aber ich glaube, das ist nur eine Seite dieser Medaille. Es lässt sich auch nicht von der Hand weisen, dass der Ton gegen die queere Community besonders vom ganz rechten Rand in den letzten Jahren deutlich rauer ist. Was Rechtsextreme sind das Problem? Aber die Rechtsextremen sagen mir immer, die Ausländer sind das Problem. Krass, ne? Aber da habe ich irgendwie mehr Angst vor den Rechtsextremen. Naja, müssen die wissen. ...vor geworden ist, dass das gleichzeitig mit der steigenden... Das ist auch so wild, ne? Jedes Mal. Also es passiert so oft, wenn man darüber aufgeklärt wird. Und dann kommen irgendwelche Menschen in irgendwelchen Kommentaren, gerade auf Instagram hatte ich das irgendwie oft, dass es dann auf Instagram geschrieben wurde, ja, aber wer ist denn schuld daran, dass sie diskriminiert werdet? Nicht die Deutschen. Ich habe gesagt, doch, gerade die. Also der meiste Gewalt geht aus von Rechtsextremen. Rechtsextremen. So, das sind nicht Menschen schuld, die gerade hier flüchten, aus vielsten, diversesten Gründen, sondern Rechtsextreme sind schuld, da dran. Ja, das hat auch krass. Die größte Gefahr kommt von rechts und ich werde wütend, wenn die Leute das leugnen. Absolut, absolut. Ich finde es auch, boah, ey, das... Ich habe es jetzt letztens wieder gesehen, Tagesshow-Post. Moment, ich weiß nicht mehr, welche das war. Leider. Ähm. Moment. Warum nennen Sie Alice Weidel Nazi? Was sie das ist? Und das will ich schon nochmal deutlich sagen. Wir kommen hier zusammen, einen Tag nachdem Herr Krupalla, der AfD-Vorsitzende, der Co-Vorsitzende von Frau Weidel auf einer Veranstaltung gestern in Thüringen gesagt hat, die SPD gehört auf Schafott. Also, wer das nicht kennt, eine Tötungsmaschine, ja, wo Köpfungen stattfinden. Und ich bin Vorsitzender einer Partei, die weiß, was das bedeutet, wenn Menschen aus der eigenen Partei umgebracht werden, aufgrund ihres politischen Engagements. Das ist eine Sache, die mich tief bewegt, wenn jetzt wieder von AfD-Mitgliedern so über die Sozialdemokraten geredet wird. Und ich finde, dann muss man auch klar aussprechen, was ist. Die AfD ist keine Partei, die ein bisschen rechts neben der CDU steht. Bei der CDU, da rege ich mich über vieles auf, aber das sind anständige, vernünftige Demokraten. Aber die AfD will ein ganz anderes Land. Die will eine ganz andere Republik. Da ist vieles von dem, was wir heute in der offenen Gesellschaft machen können, nicht mehr möglich. Und ich finde, Nazis muss man Nazis nennen. Mir geht es nicht um AfD-Wähler. Ich glaube, da müssen wir den Kampf führen. Da kann man viele Unzufriedene zurückgewinnen. Ja, und glaubt ihr, da drunter steht so, ja, das stimmt, nee, Nazis sind schon ein Problem in unserer Gesellschaft. Wir sollten was gegen Nazis tun. Meint ihr, das sind die Kommentare? Oder die Kommentare sind, ja, aber was ist mit Linken? Die sind doch auch schrecklich. Und nee, die AfD sind ja keine Nazis. Das ist ja, also ist ja weit hergeholt. Und boah, wie denkt ihr, sind die Kommentare da drunter? Verharmlosend? Oder nicht? Da kommt ihr auch direkt schon. Die Grünen wollen auch ein anderes Land. Da wird sich nicht aufgeregt. Und wenn man sich deren Gründe und Geschichte anschaut, das ist halt wirklich ein Fall. Ah, ja genau, ja auch Hauptsache selber schön bei der Antifa-Mitlauf. Man kennt sie, die Antifa. Und ja, jeder sollte antifaschistisch sein. Und ja auch, eigentlich sollte jeder also gegen, also gegen Faschismus in Aktion treten. So, aber hey. Aber ja, gut, kommen so bestimmt alle wohlfühlen und gut informiert. Natürlich, immer. Es wird gezielt ein Feindbild geschaffen, um Stimmen einzufangen. Das Prinzip ist da bei allen rechten Parteien ja immer gleich, egal um welches Feindbild es sich handelt. Die Ausländerer wollen unsere Jobs, die Grünen wollen unser Schnitzel, die Dragqueen. Das war auch so lächerlich. Boah, das war auch, das war auch echt übel. Das hätte auch einfach aus der NS-Zeit stammen können, so. Das war, das ist auch echt krass. Das wollen unsere Kinder. Also erstmal, stabiler Photoshop-Job hier. Lieber AfD Bayern. Man sieht ja fast gar nicht, dass das aufgemalt ist. Und zweitens, Junge, welche Dragqueen schminkt sich bitte so und geht dann in brauner Chino und grauem T-Shirt raus. Diese Haare, zudem Make-up und dann unrealistisch. Das Outfit geht gar nicht. Absolute Modesinde. Aber ernsthaft, es geht halt immer um Angst und vor allem darum, den Unzufriedenen und Abgehängten im System einfache Antworten für ihre Lage aufzutischen und ein Feindbild zu schaffen. Für Fakten interessieren sich diese Parteien aber generell ja weniger. Denen geht es ja auch nicht darum, Probleme zu lösen. Denn das wäre schlimm für die AfD. Wer würde denn die wählen, wenn es allen gut geht? Du willst sie nicht wählen, ne? Wir können hier aber ja mal Spaß es haben. Ich hoffe es. Halber schauen, wie viele Fälle von Dragqueens es gibt, die sich an Kindern vergangen haben. Das ist eine krasse Liste. Kennt ihr da jemanden von? Dragqueens es gibt, die sich an Kindern vergangen haben. Kennt ihr da? Irgendjemand aus eurem Freundeskreis dabei? Schon heftig. Die katholische Kirche hat mehr Geld und kann sich besser wehren gegen Stimmungsmacht. Also als AfD muss man sich ja auch immer die Schwächeren raussuchen. Das macht es ja einfacher. Gegen eine kleine marginalisierte Gruppe zu hetzen, ist deutlich, deutlich einfacher als gegen so ein Riesensystem mit richtig viel Geld. Das kann man dir doch jetzt nicht vorwerfen. Ach, na das geht ja, oder? Das sind 3.677. Nur die geschätzten Zahlen ohne eine unabhängige Prüfung, vor der sich übrigens die katholische Kirche jetzt seit Jahren drückt. In Frankreich übrigens gab es so eine unabhängige Untersuchung aber, bei der nach einer neuen Studie rauskam, dass es bis zu 300.000 Mitbausopfer gegeben hat. 330.000 stand da. 330.000 Nur in Frankreich! An der Stelle sollte man auch noch mal erwähnen, dass Kindesbrauch oft nicht mal unbedingt etwas mit Pedologie an sich zu tun haben muss, denn in den meisten Fällen geht es laut Prävalenzforschung eher um den Wunsch Macht auszuüben und ein Gefühl von Überlegenheit auszudrücken. Das geht auch damit einher, dass die meisten Fälle von Kindesbrauch im direkten oder erweiterten Umfeld der Familie stattfinden. Die Angst um unsere Kinder, also auf eine marginalisierte Bevölkerungsgruppe zu schieben, ist nichts weiter als ein Anfachen eines Kulturkampfes. Und eben dieser Kulturkampf ist das, was aktuell immer wieder für viel Wirbel auf Social Media sorgt. Ob es jetzt der Vogue-Wahnsinn ist oder die öffentliche Kreuzigung von Influencern, die sich gewagt haben, noch einmal das Wort Harry Potter in den Mund zu nehmen, all das befeuert... Das sind die Schlimmsten. Nee, keine Ahnung. Ich finde dieses Harry Potter-Gedöns, ich verstehe nicht genau, warum man dafür Werbung macht, so für sie. Also es ist am Ende ja auch Werbung für J.K. Rowling. Und ich finde das irgendwie uncool, weil ich mir denke, ich verstehe nicht, warum das wichtiger ist, dafür Werbung zu machen, als irgendwie solidarisch mit den Marginalisierten zu stehen, die ja aktiv unter ihr leiden. Ey, das verstehe ich nicht. Also ich werde es, glaube ich, auch einfach nicht verstehen, so. Finde ich uncool. Aber heißt nicht, dass ich jeden Scheiße finde, der das macht und es ist halt einfach eine Sache, die passiert. Keine Ahnung, ich finde es nicht, es ist nicht das Schlimmste, was man irgendwie machen kann, irgendwie Werbung für Harry Potter zu machen oder irgendeinen Harry Potter-Witz zu machen oder so, aber es ist halt irgendwie einfach, also für mich einfach unverständlich, so. I don't know. Und ja, dann kommt es halt, Menschen interessiert das nicht und das finde ich halt sehr schade. I don't know. ... am Ende nur diesen sinnlosen Kulturkampf, mit dem rechte Kräfte versuchen, Harry Potter-Placement, äh, wie viel Geld kriege ich? ...Karl durch diese eigentlich ja mittlerweile ziemlich offene Gesellschaft zu treiben. Wir erinnern uns hier, 70 Prozent... Ich finde, man kann Harry Potter auch mögen, ohne Rolling Geld in Rachen zu werfen. Das geht, ja, absolut. zum Beispiel Spiele gebraucht kaufen. Ja, das finde ich ja. Also ich finde auch, dass man die Sachen nutzt, die man hat. Ey, ey, mach doch, was ihr wollt, so damit. No one cares. Aber ich denke mir halt, muss man das bewerben. Also für mich geht es wirklich um das Bewerben davon in der Influencer-Branche. Aber ich finde, das ist jetzt keine Frage, die jetzt nur speziell Harry Potter betrifft, sondern generell würde ich mir wünschen, in der Szene, öfter, dass Menschen darüber nachdenken, was sie da gerade bewerben, dass sie sich vielleicht einmal mehr fragen, nochmal, ist das gerade so sinnvoll, diese Firma zu bewerben? So eine Firma wird nicht perfekt sein, es gibt, es ist immer noch ein Kapitalismus, es ist shit, und Menschen müssen auch immer noch Geld verdienen, yes. Aber ich habe das Gefühl, dass oft auch einfach sehr bereitwillig sowas angenommen wird, ohne drüber nachzudenken, und wo es einfach nur egal ist. So, und ich finde es auch wichtig, und ich finde, man sieht es daran, dass wenn Kritik kommt, wie die Menschen dann reagieren, weil man kann sich bewusst sein dessen, und sagen, ja, das ist ein Problem, aber das und das und das, oder man kann sagen, nee, ist kein Problem, gibt es nicht. So, und das ist halt dann die Scheißsituation, wo ich mir denke, wenn du dir zumindest sicher bist darüber, wenn du es zumindest verstehst, dass das ein Problem ist, und was daran ein Problem ist, dann kann man auch damit arbeiten, aber das geht halt eben nicht, wenn man das einfach leugnet. Und deswegen für mich ist immer so ein bisschen mehr, wie reagiert eine Person auf Kritik, als die Person macht mal was, was ich nicht gut finde, weil es gibt, ich glaube, also jeder Mensch macht mal irgendwas, was ich nicht gut finde, genauso mache ich viele Sachen, die andere Menschen nicht gut finden, und das ist auch okay. So, man muss sich, also man muss ja nicht 100 Prozent mit allen Menschen übereinstimmen, und ich kann Menschen trotzdem mögen, ich kann auch immer noch Menschen mögen, die Harry Potter spielen, oder Harry Potter mögen, so, das ist für mich kein Ausschlusskriterium an, weiß ich nicht, ich hasse dich jetzt, weil du magst Harry Potter, nein, kein Stück, so, es ist, im Endeffekt geht es mir so um die generelle Frage dahinter, und so ein bisschen, was bewerben wir und was bewerben wir nicht, und ich weiß auch, dass ich da relativ streng bin, auch bei mir selbst hauptsächlich, bei anderen nicht so, aber bei mir bin ich da sehr streng, was ich annehme und was nicht, natürlich muss ich auch immer gucken, wo ich gerade bleibe, wo ich gelte, ich nicht bleibe, also natürlich muss ich irgendwie Sachen annehmen, aber dennoch habe ich das nie, dass ich sage, ich kann dafür jetzt nicht einstehen, also für alles, was ich Werbung mache, kann ich einstehen, und wenn es Kritikpunkte gibt, werde ich versuchen, mich mit denen auseinanderzusetzen, so, und möchte mir das auch beibehalten, aber ich erwarte das eigentlich auch von anderen, dass sie zumindest, wenn es Kritikpunkte gibt, diese verstehen und zumindest irgendwie reflektieren, so, das heißt nicht, dass sie das auf keinen Fall bewerben dürfen, dieses Produkt, sondern, äh, zumindest, weiß ich nicht, sich dem bewusst sind, was sie tun, und das ist alles, was ich möchte, erst mal, so, das ist so der erste Step, so, danach kann man dann gucken, wie geht man damit weiter um, aber ich finde, das ist, das ist einfach der erste Step, und zum Beispiel, ich finde es auch nicht super dramatisch, und das wurde damals, das ist richtig aufgeheizt, war nicht auch sehr drüber irgendwann, hat das Kronk zum Beispiel, äh, dann gesagt hat, okay, er streamt das Spiel, aber spendet dann so an Transmenschen, ich denke mir so, ja, immerhin hast du verstanden, dass das das Problem ist, das ist nichts, womit ich zufrieden wäre, und das würde ich auch nicht so machen, aber das heißt nicht, dass der ein super schlechter Mensch ist, sondern, von der Idee her verstehe ich so, und ich verstehe, wo es herkommt, ich finde es nicht den richtigen Weg, aber muss ich auch nicht, so, für mich sind das so, ich kann Dinge kritisieren, ich kann Dinge schlecht finden, aber, heißt nicht, dass die Person böse oder schlecht ist, sondern, vielleicht möchte sie auch das Richtige, und ich halte das nicht für den richtigen Weg, heißt nicht, dass es nicht der richtige Weg ist, das kommt auch noch dazu, nur weil ich etwas für nicht den richtigen Weg halte, heißt es nicht, dass es so ist, und ich denke auch, dass mir da so ein bisschen viel Trubel drum gemacht wurde, weil ich mir denke so, ey, guck mal, der macht doch, es ist nicht die Lösung, aber, vielleicht verwirkt er damit gar nichts Schlechtes, so, aber, es sind halt viele Sachen, die da mit reinspielen, ich fand das auch alles ein bisschen zu drastisch, deswegen habe ich auch nicht, also, was habe ich dazu gemacht, so, Ghost Legacy habe ich einen Post gemacht, den habe ich dann irgendwann nochmal retweetet, weil, von der Ankündigung, dann beim Spiele-Release, habe ich es einfach nochmal retweetet, und ansonsten habe ich halt, gab es die Grabenkampf-Folge, da war ich auch zu eingeladen, und, noch irgendwie ein, haben wir uns vom Parabelritter irgendwie was eingeguckt, und, das war es so, und, ich habe das Gefühl, dass da, es ist ein bisschen zu viel Trubel drum gemacht wurde, für das, was es war, so insgesamt, und, keine Ahnung, andererseits war es natürlich auch eine gute Situation, um über Transfeindlichkeit aufzuklären, und um Transfeindlichkeit von J.K. Rowling aufzuklären, aber das ist natürlich auch was, was man noch sehen muss, so, da ging es ja dann nicht nur um das Spiel, sondern um generell, sie als Person, generell auch transfeindliche Personen und Bewegungen, wie die Turf-Bewegung, ähm, kann man ja auch dazu nutzen, deswegen ist es irgendwie sehr, es ist ein komplexeres Thema, auf jeden Fall, wo es, aber, aber generell, so um dieses Spiel, war mir ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen too much, weiß ich nicht, und, Heikos, danke für den Sub-Support, ähm, bekommst du eigentlich auch super fragwolle, Werbeanfragen für, für Casinos, für Casinos tatsächlich, nee, weiß ich tatsächlich nicht, also, die Anfragen gehen ja in mein Management, und, die stellen mir, also, wir haben halt, die könnten mir alles durchstellen, aber ich habe halt gesagt, nee, das will ich gar nicht, und, ich habe halt, gewisse Sachen, wo ich sage, nee, wenn dafür eine Anfrage, oder für irgend so was in die Richtung, eine Anfrage kommt, fragt mich nicht, so, ähm, dann, ihr könnt das einfach wegklicken, so, das ist irrelevant, wir müssen darüber nicht reden, ihr könnt das einfach wegmachen, und dafür gibt es einiges, ne, also alles, was nicht vegan ist, alles, was in Energy-Richtung geht, alles, was in Casino-Richtung geht, alles, was, ja, alles, was nicht mit meinen Werten vereinbar ist, wird automatisch nicht an mich weitergeleitet, so, es gibt welche, die sind dann so auf der Kippe, wo dann halt schon nachgefragt wird, so, ja, die haben das, aber die haben halt auch Sachen, die nicht so gut sind, wie stehst du denn dazu, das gibt es halt auch, äh, da sage ich oft allen auch, nein, es kommt halt, das ist immer so Einzelabwägung, ob ich sage, ja, das ist vertretbar oder nicht, das ist dann, von Ding zu Ding unterschiedlich, äh, das heißt, keine Ahnung, hätte ich gesagt, und auch eher eine Aussage mit, lass doch die Kinder in Ruhe, da problematisch, stimmt, ja, die kam aber, glaube ich, danach, oder danach, oder vor, die war unabhängig erst mal von der Geschichte, äh, die fand ich auch ein bisschen schwierig, ist aber auch eine Sache, wo man am besten drüber reden kann, ne, weil gerade dieses, lass doch die Kinder in Ruhe, ist ja ein, Ding, was sich sehr durchzieht, und ich glaube, ist sehr durch bei der Gesellschaft ankommend, weil halt Rechtspopulisten eben genau das nutzen, nicht Gronke ist ein Rechtspopulist, bitte, bitte hört mir zu, ich habe nicht gesagt, dass Gronke ein Rechtspopulist ist, sondern dass das halt eben dadurch, dass das so genutzt wird, von Rechten, ähm, halt eben auch, ich sag mal, mehr in der Gesellschaft ankommt, und rettet die Kinder, kommt natürlich bei allen gut an, weil alle wollen, dass es Kindern gut geht, ne, also es ist ja einfach ein sehr einfaches Ding, und wenn du dich nicht viel mit dem Thema beschäftigt hast, ist das etwas, was du hörst, und gerade wenn du halt privilegiert bist, was einer eben ist, so, ähm, hörst du das, und gibst es einfach wieder, weil du denkst so, ja, Kinder, sollte man, beschützen, und das ist ja was Schlechtes, wenn man die Kinder nicht beschützt, so, und das ist, deswegen weiß ich nicht, ob das einfach eine sehr privilegierte Aussage war, tatsächlich, aber definitiv problematisch, also problematisch, in so einem, also in einem großen Stream, mit großer Reichweitenverantwortung, ist das schon nicht cool, so, genau, aber, es ist halt jetzt auch keine Todsünde, also es ist halt nicht cool, so, das ist das, was ich einfach damit sagen will, es ist, ich will einfach damit sagen, dass es nicht schwarz-weiß ist, und dass es zwar eine Person nicht, glaube ich, tod-haten sollte, für eine Aussage, die nicht cool war, so, weiß ich nicht, weil ich bin immer noch dafür, dass wir Brücken bauen, äh, weil ich, mir denke, es bringt nichts, wenn wir jetzt einfach jetzt sagen, oh, du hast einen Fehler gemacht, dann bist du unten durch bei mir, und du wirst nie wieder dich erholen können, und solltest dich verpissen, für den Rest deines Lebens, so, das sehe ich einfach nicht als, als sinnvoll, das war jetzt natürlich sehr überspitzt ausgedrückt, extra überspitzt ausgedrückt, ähm, sondern ich würde schon gerne sagen, ja, okay, jeder darf Fehler machen, weil das, ich mache auch Fehler, ich mache regelmäßig Fehler, ähm, und das ist auch okay, und da können auch mal grobe Schnitze dabei sein, das ist auch okay, solange man dann am Ende irgendwie wieder, vielleicht miteinander reden kann, und da vielleicht auch aufeinander zugehen kann, weil am Ende ist mir auch wichtig, dass Menschen was von diesen Aktionen, wie von Hogwarts Legacy und sowas, was mitnehmen, und was lernen, weil wenn am Ende sich alle nur angreifen, und Scheiße finden, ist nichts dadurch gewonnen, so, zumindest, das ist meiner Meinung nach so, und dann ist es schon irgendwie cooler, wenn man dann miteinander redet, und selbst wenn man am Ende nicht 100% übereinstimmt damit, dann hat man zumindest mal drüber geredet, und vielleicht was voneinander gelernt, so, dann ist es so, keine Ahnung, auch kein Problem mit den Menschen, die Hogwarts Legacy damals gestreamt haben, so, das ist mir egal, aber, ich habe ein Problem mit denen, die halt die Transfeindlichkeit von J.K. Rowling verteidigen, da habe ich ein Problem mit, und ich finde, das ist nochmal zwei andere Punkte, so, weil die gab es auch, und das finde ich dann wieder scheiße, die Herausforderung war danach, würde ich damit ausdrücken, dass ich diesen Aspekt für mich stärker kritisere, als die mit dem Spiel, ja, das sehe ich auch so, das stimme ich zu, aber irgendwie war das nicht das, was in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen ist, habe ich das Gefühl, und danke Seras für die 10 Stream Serie, für die Brücken bauen geht nur, wenn die Leute problematische Einstellungen überdacht haben, für mich muss es nicht überdacht sein, sondern, auch der Weg dahin ist okay, also wenn Menschen bereit sind, auch die eigenen Einstellungen zu hinterfragen, so, also es muss nicht, oh, ich habe das jetzt, also für mich ist das so, ich kann nur für mich sprechen, mir ist das so, dass die Person nicht am Ende irgendwie sein, sein muss oder sowas, sondern der Wille zur Änderung, genau, also dass da einfach ein Wille da ist, irgendwie auch was zu lernen, und voneinander zu lernen und nicht nur, ich will jetzt mal einen Scheiß durchdrucken, drücken wir so und ich denke, also dann, bin ich schon bereit dafür, ja, was meinst du? Prozent der Bevölkerung sind eigentlich für den Schutz und das weitere Ausbauen von Rechten der LGBTQ-Community. Und ja, Kritik ist wichtig und richtig und ich finde auch die ganzen transfeindlichen Aussagen von J.K. Rowling super scheiße, ich finde aber auch super scheiße, wenn Leute in allem, allem, allem irgendwie Vogue-Wahnsinn sehen. Gleichzeitig gender ich aber auch nicht konsequent. Ich finde Gendern... Aha, rechtsextrem also. Ich auch nicht. Also ich versuch's, aber es klappt bei mir auch nicht immer. Also keine Ahnung, ich versuch inklusive Sprache zu verwenden, aber manchmal denkt man nicht dran. Aber gut und wichtig als progressiven Fortschritt und vor allem als kleinen Anreiz, darüber nachzudenken, etwas zu verändern. Ich finde schlechtes Pinkwashing selbst oft scheiße, finde aber auch gelungene Sichtbarkeit in Werbung dann gut. Am Ende müssen wir uns doch eine Frage stellen. Wem nützt es, wenn wir uns darüber zerfleischen, warum Ariel jetzt mal in einem Film eine andere Hautfarbe hat? Ein Charakter in einem Film. Das war auch so cringe, ne? Also Menschen, die wirklich sich darüber aufgeregt haben, dass Ariel schwarz war. Das ist unfassbar. Wirklich unfassbar. Ist doch cool, Sichtbarkeit zu haben. Kennt ihr die ganzen Videos, wo so kleine Kinder dann das gesehen haben und sich dann wieder gesehen haben in der Ariel und waren so voll gerührt? Das war übelst cute. ...mal nicht hetero ist oder das Nicht-Gendern eines Einzelnen vielleicht jemanden stören könnte. Es hilft letzten Endes denen, die uns eben spalten wollen. Und meiner Überzeugung nach kommen die eben eher aus der rechten politischen Richtung. Das Spiel sollten wir... Ja, aber ich würde sagen, dass Rechte halt auch bewusst sowas säen. Also, ich würde sagen, dass Rechte halt eben auch diese Bilder versuchen zu festigen, indem sie sagen, ja, Linke sagen ja, alle sind Rechts- und Nazis. Das sagen die ja immer. Und das wird dann verbreitet. Und das stimmt aber im Endeffekt gar nicht. So, keine Ahnung. Ja, es gibt diese, aber das ist eine sehr kleine Minderheit. Und die wird dann da irgendwie genommen als, ja, die... Alle Linken machen das. Und deswegen würde ich da jetzt nicht unbedingt sagen, da ist jetzt allein die Linken schuld, die da kritisieren und so, sondern auch, dass eben diese Stimmung gemacht wird, dass Linke ja angeblich immer nur... Also, immer nur alle Nazis nennen. Das stimmt hier einfach nicht. Aber eigentlich nicht mitspielen. Ich glaube nämlich, dass wir von unseren Grundwerten... Das ist ja hier unrealistisch wegen Tiefen. Da war es so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, gibt doch gar... Also, das ist... Nee, dann ist es unrealistisch. Das stimmt. Ja, auch... Kann man auch mal... Nee, muss schon... Bei mehr jungen Frauen muss man schon realistisch bleiben auch. ...ein eigentlich oft nicht so verschieden sind. Und dazu gehört eben auch Selbstkritik. Und sich öfters mal zu fragen, ob man mit dem eigenen Handeln gerade einer eigentlich ja schutzbedürftigen Gruppe hilft oder ihr eher Schaden zu... Ja, das ist generell super wichtig. Also, da stimme ich hier komplett zu. Weil ich mir denke, ich glaube, oft ist gut gemeint, nicht gut gemacht. So. Es kann ja sein, dass man wirklich das Richtige tun möchte und am Ende haut man da einfach nur in die Scheiße. Und ich glaube, das passiert oft. Und das ist auch erst mal okay, dass das mal passiert. Aber man sollte das vielleicht dann auch hinterfragen und gucken, was ist denn... Was würde denn wirklich helfen? Und was da dafür hilft, tatsächlich mit betroffenen Reden hilft. Ja, hauptsächlich mit betroffenen Reden hilft. Aber halt sich auch selbst zu hinterfragen. Kritik an zum Beispiel Pride-Marketing kann man nämlich auch ausüben, ohne auf der Gruppe, die diese repräsentieren soll, rumzuhangen. Das stimmt, das geht. Und womit könnte man das besser zeigen, als mit ein bisschen guter alter Kapitalismuskritik? Ja! Go. Ich liebe gute alte Kapitalismuskritik. Now we're talking. Now we're talking? Nee, das ist mir nicht. Wo Akzeptanz in der Bevölkerung steigt, da öffnen sich eben auch für den Kapitalismus neue Märkte. Christian Lindner intensifies. Ich mag Moneten. Was kommt also geiler, als auf dem Rücken einer Bewegung, die seit 60 Jahren gegen Unterdrückung kämpft, ein bisschen Cash zu machen? Moneten. Moneten. Denn Geld kennt doch keine Geschlechter oder Hautfarbe und Geld diskriminiert nicht. Nee, warte mal. Also, genau. Actually, ist es nicht ganz korrekt. Äh, doch. Ups. Naja. Auf jeden Fall hat sich natürlich mit der neuen Akzeptanz in der Bevölkerung die Möglichkeit eröffnet, für Firmen und Businesses ihre Produkte an diese neue Zielgruppe zu vermarkten. Aber gleich vorweg, muss jede Werbung oder jedes Produkt mit LGBTQ-Bezug gleich schlecht sein? Nein. Doch. Wenn, 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 wenn Vogue, dann ist schlecht. Das ist wie bei, bei Film und Serien. Wenn der Cast divers ist, ist die Serie immer schlecht. Das liegt nicht am Drehbuch. Nein, 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 nein. Kann es nicht. Es liegt nur daran, dass Menschen dann divers sind. Weil es gibt auch, das wissen viele gar nicht, keine schlechten Drehbücher, ähm, wenn Menschen vorkommen, die nur weiß, cis und hetero sind. Weil dann ist ja jeder Film gut. Ja. Ich meine, guckt ihr mal jeden Nicolas Cage Film an. Die sind alle grandios. Wirklich alle. Da gibt es gar keinen schlechten. Also, absolut nicht. Oder auch andere. Also, es gibt ja einfach keine schlechten Filme, wenn Männer auch, ne? Also, was willst du uns hier erzählen, Carina? Die Firma hat aber an erster Stelle meist ihren eigenen Profit im Sinn. Das ist eben wie die... Dieser Pride-Xbox-Controller hält bei mir aktuell am längsten. Ich lieb den. Ich nutze den auch ständig. Also, ich lieb den komplett. Also, da hat Xbox aber auch... Also, da muss ich aber auch sagen, Xbox macht in der Firma viel. Und, ähm, Xbox spendet auch sehr viel an queere Organisationen. Und, Xbox hat bei diesem Pride-Controller zusätzlich noch so eine Seite veröffentlicht, wo alle Dev-Laggen erklärt sind, die auf dem Controller drauf sind. Also, die machen gleichzeitig noch was für Aufklärung. Also, das war schon, das war schon gut gemacht. Das war gutes, gutes Ding. Dieses aktuelle Wirtschaftssystem funktioniert. Das muss uns... Wir an den Schweiger-Filmen sind auch immer großartig. ...stelle immer klar sein. Trotzdem kann Pride-Werbung oder Pride-Marketing natürlich gut sein. Auch in großen Firmen arbeiten ja Menschen... Ja, also wie gesagt, ich finde, Xbox macht das sehr gut. Ist eine Firma, wo ich sage, das ist eine Vorzeigefirma, was sowas angeht. Gibt es sonst noch was? Oh, Burger King mit den gleichen Burger-Bands. Das war strong. Das... Wie willst du Scheiße? Aber es war so lustig. Also, die einfach die... Es gab zweimal Unterseiten und zweimal Oberseiten bei Burgern. Das war übelst lustig. Also, es war super schlechtes Marketing. Also, es war natürlich super schlecht so an Queerness, Gedöns, aber war gutes Marketing, weil es bleibt im Kopf. Es bleibt einfach im Kopf. Ich fand es übelst lustig, dass das so schlecht war. Andererseits war auch richtig schlecht waren die Pride-Pommes von McDonald's. Die waren auch einfach Banger, weil das waren einfach so drei verschiedene Brauntöne. Du hattest so drei Brauntöne und was. Das sind Pride-Pommes. Das ist wirklich... Das war wirklich strong. Muss einem auch erst mal einfallen. Also... Aber Burger King auch so übelst smart, weil du musstest ja keinen neuen Burger machen. Du konntest ja einfach nur austauschen. Es war übelst klug. Du hattest keine Investition in das Ganze. Außer, dass du da eine Werbeagentur für bezahlt hast, was schon cringe ist. Dass du dafür eine Werbeagentur bezahlt hast. Aber das war schon... Also, es gibt schon Banger so aus dem Pride-Pwand. Das kann man schon nicht anders sagen. Muss regelmäßig lachen. Drei verschiedene Brauntöne ist ja wieder Bundestag. Schon. Und allein wundervollen. ...die sich selbst zur Queer-Community zählen. Oft zeigt sich aber eher am Umgang mit diesen Mitarbeitenden, wie ernst es den Unternehmen... Da was so Unternehmen in der Firma angeht, soll die Deutsche Bahn noch sehr gut sein mit Mitarbeitenden. Die Telekom soll sehr gut sein. Ich glaube, irgendwie so Panasonic oder irgendwas von den größeren Tech-Unternehmen. sind generell wohl nicht schlecht. Google soll auch ganz gut sein. Grewe soll ganz gut sein. Noch so... Ich glaube, es ist Panasonic. Ich bin mir noch nicht mehr sicher. Oder Grundig. Irgendwie sowas. Irgendwas von diesen... Können die auseinanderhalten? Für mich alles dasselbe. ...dann eben wirklich um Gleichberechtigung und Sichtbarkeit geht. Das generelle Image eines Unternehmens spielt hier in der Regel... L- und V-Versicherung auch. Ich weiß nicht genau, wer die sind. Aber es kann gut sein. Ja, ich glaube, Allianz auch. Es gibt so ein paar... VG ist wohl recht schon wieder. Okay, cool. ... aber auch eine sehr tragende Rolle, wie erfolgreich so eine Pride-Kampagne ist. Zum Beispiel, die Schuhmarke Converse macht etwas zum Pride-Mann. Interessanterweise VfL Wolfsburg. Da rechnet eigentlich niemand. Aber die wohl auch. Klar, warum nicht? Das Unternehmen hatte ja schon immer eher eine offene Zielgruppe. Streetart, Musik, Skateculture und so weiter. Wirkt insgesamt also nicht komplett fehl am Platz. Und Pride Converse kannst du auch vor und nach den Pride-Manns kaufen. Die US-Marines allerdings... Würde ich jetzt auch mal als Pinkwashing bezeichnen. Also weiß ich nicht. Die US-Marines, aber auch alles, was immer so von der Bundeswehr gibt es ja auch. Es gibt ja auch so Bundeswehr-Pride-Dinge. Da bin ich auch immer so... Are you sure? So bist du dir wirklich sicher, dass du da jetzt gerade... Also willst du dir die Fahne wirklich drauf schwenken? So. Ja, doch. Es gab diese eine von der Bundeswehr, ich weiß nicht mehr leider, wie sie heißt, diese Transfrau, die sich dann komplett da einklagen musste, weil sie sich zugelassen worden wäre. Und ich denke mir so, das müssen Menschen wirklich machen und durchmachen für die Bundeswehr, um da überhaupt irgendwie angenommen zu werden. Die müssen den Rechtsweg gehen. Lustig, weil Rechts und Bundeswehr und die müssen rechts sein, um in die Bundeswehr zu gehen. Ist auch egal. Ist nicht so lustig. Aber genau, Anastasia Biefang, glaube ich, hieß sie. Und die musste sich da halt auch erstmal irgendwie durchklagen, damit die da reinkommt. Aber man denkt sich so, Leute, das ist euer Ernst, Jens, ihr wollt euch mit Pride-Farben schminken? Nee, sinnvoll, ja. Die sind jetzt irgendwie nicht so richtig bekannt für Pride, Peace und Liebe. Klar, Ja, doch. Die geben, also die bringen doch Pride, Peace und Liebe in Länder, oder nicht? Ist das nicht so? Die machen doch immer Frieden in anderen Ländern. Das war doch so, oder? Dass das nicht so gut ankommt, oder? Und Demokratie. Pride-Marketing kann also sowohl eher gut als auch eher schlecht sein. Generell gesprochen ist es ja aber eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass kapitalistische Unternehmen in Pride jetzt eine Möglichkeit sehen, Geld zu verdienen. Voll. Das zeigt halt einfach, dass wir in der Gesellschaft so weit sind, dass das gut ankommt. Das ist doch was Schönes. Obwohl ich diesen Pride-Manns echt sehr wenig gesehen habe, was irgendwie sehr scheiße ist. Das spiegelt eben die gewonnene Akzeptanz wieder, die wie gesagt den zweiten wichtigen Faktor neben den gewonnenen Grundrechten bildet. Aber nochmal kurz als Reality-Check. Nur, weil Converse hier ein positives Beispiel ist, weil sie sich schon länger für die Community engagieren, Converse gehört auch am Ende zum Sneaker-Giganten Nike und hat auch keine weiße Weste. Ja, das stimmt. Auch immer wichtig. Die 45 Millimeter Friedensmunition bis zu 90 Schuss Demokratiebräumen. Genau das, das ist ja genau so. Marines sind auch so, ist doch so eine Spezialeinheit, oder? Ich bin echt, ich klicke da nicht so ganz durch, ehrlich gesagt. Das ist mir alles zu kompliziert. Also eigentlich ist es mir auch ein bisschen zu egal, glaube ich. Ich glaube, es wäre gar nicht so kompliziert, wenn ich mich da reinarbeiten würde, aber es ist mir nicht wichtig genug. Und lässt sich ja nicht in einer Offizierin aus der Bundeswehr entlassen, weil sie auf Tinder nach Frauen gesucht hat und deswegen ungeeignet galt. Yes. Ich dachte, die Marines essen immer Regenbogenfrauen und das Wachsmallkreide. Nee, das bin ich. Gewinnorientierte Unternehmen bleiben halt eben gewinnorientierte Unternehmen am Ende des Tages. Pinkwashing zu kritisieren, muss also nicht sofort bedeuten, etwas gegen die gesamte LGBTQ-Community zu haben. Das stimmt. Es kommt aber eben darauf an, gegen wen sich die Kritik richtet. Ja, und das verstehen irgendwie manche, glaube ich, nicht so ganz. Wenn wir in 2023 Republikaner in Amerika anfangen, auf Budweiser Dosen zu ballern, weil der... Das ist so krass. Das haben wir auch im Stream durchgenommen. Das war übelst krass, was da alles gemacht hat. Da wurde teilweise mit Flak geschossen. ...konzern einen Werbespott mit einer Transinfluencer gemacht hat, ist ja offensichtlich, gegen wen sich Kritik und Hass eigentlich gerichtet haben. Go Vogue, Go Broke ist ja gerne so ein Kampfbegriff, der dann benutzt wird. Ja, Bullshit. Denen sollte vielleicht mal einer erzählen, dass Budweiser auch schon seit den 90ern Marketing gezielt für die queere Community gemacht hat. Ich finde, das zeigt eigentlich nur wieder, dass es diesen Leuten nicht darum geht, dass auf einmal alles voll mit Vogue-Agenda ist, sondern nur, dass der Hass und Hetze dagegen einfach wieder deutlich zugenommen hat. Und damit kommen wir eigentlich direkt ganz gut zum Fazit. Dieses Bild irgendwie. Vor allem, solange dieser Hass weiter zunimmt, haben Pride Months und der Christopher Street Day weiter eine besonders wichtige Bedeutung. Weil er eben eigentlich eine Demo ist. Eine Erinnerung an Errungenschaften, die man nicht verlieren sollte und die Akzeptanz der Bewegung weiter fördern kann. Auch wenn einige wenige euch weismachen wollen, das wäre nicht so und es würde nur nerven. Also, ja, ganz klares, ja, wir brauchen den Pride Months. Go woke, go broke, diese Cancer Culture, die sich die Rechten immer beschweren. Ich glaube tatsächlich, die verstehen das selbst nicht ganz. Aber gehen wir einfach mal davon aus, wir bräuchten den Pride Months wirklich nicht mehr. Ignorieren wir damit einfach mal die steigenden Gewaltdelikte gegen die Community in Deutschland oder die 64 Länder, in denen es immer noch illegal ist, queer zu sein oder die Länder, in denen es sogar eine Todesstrafe dafür gibt. Selbst wenn das alles nicht wäre und Pride Weißt du, ich finde das alles ein bisschen zu hysterisch hier auch gerade. Also, sich darüber aufzuregen. Also, warum regt man sich denn über das alles so auf? Doch. Andere Länder, andere Sitten oder so. Eigenes Land, andere Sitten. Andere Bundesländer, andere Sitten. nur eine Erinnerungsveranstaltung oder eine Party zum Feiern der Vielfalt wäre. Wen stört da? Das ist ein sehr wichtiger und guter Take, ja. Selbst wenn das einfach nur eine Party wäre. Und ne? Ganz ehrlich, das ist doch eigentlich ein riesengroßes Armutszeugnis, was man sich selbst ausstellt, wenn man in einer Welt lebt, in der jeden Tag 24.000 Menschen an Hunger sterben und dann Menschen mit Regenbogen fahren, für dich die größte Bedrohung unserer Zivilisation sind. Hm, weiß ich nicht, Digga. Daher, nicht nur verhungern, wir haben auch noch Klimawandel, wir haben auch noch Krieg und alles. Klimawandel, Klimaschmandel, sag ich da immer. Wieso Leute nicht überfordern, dann werden die alle depressiv. Allein die Frage nach dem, brauchen wir den Pride-Manns überhaupt noch, ist eigentlich nämlich auch nicht mehr als Bedienen dieses Kulturkampfes. So, und damit haben wir das ganze Video hier jetzt auch in ein Paradoxon verwandelt. Perfekt. Aufgeklärt und selbst dabei reingeschissen. Perfekt, gut. Das wird das Thumbnail-Foto. Das ist jetzt schon vor mir. Das ist genial. Das ist ein gutes, ein guter Take. 15, 9, merken wir uns. Aber ich hoffe, dieses kleine Resümee hat euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt, um mal zu hinterfragen, welche Kritik an Pride-Manns oder an Leuten, die es vielleicht eben noch nicht richtig verstehen, sinnvoll und zielführend ist. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich in diesem Video weniger versucht habe, nur dumme Takes gegen den Pride-Manns zu entkräften, indem ich dann einfach Fakten auf irgendwelche peinlichen Aussagen werfe. Kannst du nicht auch mal Fakten auf peinliche Aussagen von mir? Ne, ich weiß nicht, ich habe nie peinliche Aussagen. Also, ich dachte, was vorkommt, ist dieses Aber-Kinder-Ding. Weil da haben wir auch schon mal drüber geredet und im Persia X-Video, was ich auch auf dem YouTube-Kanal habe, wurde das auch besprochen. Weil da gibt es einen Punkt für den CSD. Ja, ist auch immer ein interessantes, interessantes Thema, weil das einfach nur Stimmungsmacher ist. Sondern euch eher vorgeführt habe, welche Fragen ihr euch selbst stellen solltet, wenn ihr so etwas mal auf Social Media seht. Also, vielen lieben Dank, dass ihr auch bei diesem Video bis zum Ende mit dabei wart. Wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, ich bin unfassbar froh und dankbar über alle Unterstützung, die wir bisher auf diesem neuen Kanal hier bekommen haben. Ihr kennt das Spiel, ich würde mich natürlich wie immer auch über eure Kommentare freuen. Also, Chat, ihr wisst Bescheid, wo die Kommentare hingehen sollten. Das ist Carina, Carina macht wundervolle Videos. Folgt da rein, liked da rein, kommentiert da rein, das ist ganz wichtig auf YouTube. Am besten mehr als sieben Wörter oder so. Ich glaube, sieben Wörter sind es oder so oder sieben, sieben... Zustand eins von beidem. Könnt ihr auch ein bisschen was schreiben und sagen, hey, ich finde es voll toll hier, du bist toll, richtig guter Kanal, freue mich aufs nächstes Video. So, guckt sowas, da hat man doch schon mal direkt was. Eure Eindrücke, schreibt alles, was ihr zu diesem Video zu sagen habt. Durchlaufen lassen, kommentiert und geliked, sehr schön. Das ist auch immer gut, wenn ihr euch denkt, ich habe keine Zeit für das Video nochmal zu gucken. Lasst es durchlaufen, während ihr irgendwas anderes macht. Hilft auch. Kommentare, ich versuche sie, sobald das Video rauskommt, relativ fix alle zu lesen und ein bisschen zu moderieren und zu gucken, was ihr zu sagen habt. Like, teilt das Video auch. Ich mache das nie, es tut mir leid. Für die Leute, die auf YouTube Kommentare schreiben, ich freue mich darüber. Aber die werden immer vorsortiert, bevor ich jetzt hier irgendwo, also bevor ich irgendwas durchlese. Das heißt, meine Mods haben da halt auch Zugriff drauf und die löschen dann Dinge. Und deswegen, ich bekomme nicht alles mit und ich antworte auch nicht oft auf YouTube-Kommentare, aber ich versuche alles zu lesen zumindest. Das heißt, ich freue mich trotzdem über schöne Kommentare. Ich würde auch versuchen, in Zukunft ein bisschen mehr zu antworten. Auch gerne mit euren Freunden eurer Omi, ihr kennt den ganzen Spaß. Ach ja, und ich habe jetzt noch einen neuen Kanal, dem ihr jetzt bestimmt auch alle folgen wollt. Richtig? Super. Richtig und wichtig. Super, perfekt. Auf dem Kanal Carina React lade ich jetzt regelmäßig... Moment, Videos hoch mit Reacts oder Talks... Verdammt. Reacts? Ich kann auch nicht drauf kommen. Ich habe auch kryptisch geschrieben. ...aus meinen Streams auf Twitch. Wenn ihr da also auch mal Lust drauf habt, schaut da natürlich auch sehr gerne vorbei und kommt gerne auch mal live in einen der Streams. Es gibt, wie gesagt, Facepaintings, mal basteln. Ich habe keine Zeit für Streams. Ich würde eigentlich richtig gerne. Ich glaube, Carinas Streams sind richtig cool. Aber ich habe nie... Also keine Ahnung. Irgendwie... Ich gucke keinen Twitch mehr. I'm so sorry. Ich habe keine Zeit mehr für Twitch. Das ist irgendwie weird, weil es mein Job ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Warte, Chemie-Video, weil da gibt es Reaktionen. Oh mein Gott. Correct, weil sie zeigt, wie sie auf verschiedene Kochrezepte reactet und sie nachkocht. Das wäre auch krass. ...Streams oder Reacts, Talks, wie auch immer. So, und ich hoffe, ihr werdet jetzt im August und September... Oh mein Gott, ich liebe das Outfit. ...die ein oder andere Pride Parade und Party mitnehmen. Nicht? Aber nicht vergessen, angefangen hat alles mit Protest. So, und damit tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Das ist auch ein bisschen verfehlt. Danke Carina für das Video. Sehr wichtiges Video, sehr gutes Video. Fand ich sehr schöne und auch klare Worte gefunden. Deswegen vielen lieben Dank. Unterstützt Carina. Carina ist cool. Lass da ganz viel Liebe da. Danke. 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 Danke.